Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und das Buch über die Auferstehung des Antigottes Prämutus. Die Storch-Gottes verwandte einst in diesem Großteil im Reich, aber sie führte mich der ganze Zeit. Es wird ein Mensch, ein Ausgang getan. Ich bin der Haus der Welt, der Tod ist mit dir. Du wirst immer wieder die Todesjahr. Ich bin der Haus der Welt, der Tod ist eine große Herausforderung. DAS Möge, Glockenzei! Das ist ein Schatz! Ich bin der Schatz! Ich bin der Schatz! Du bist der Schatz! Er ist ein Schatz! Ich bin der Schatz! Ich bin der Schatz! Er wird die Dreieinigkeit des Bundes durchnehmen. Die Begierde, die ewige Qual und die Verwandlung. Er wird zu neuem Leben auferstehen. Untertitelung des ZDF, 2020